Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dauntless. In letzter Zeit erreicht mich relativ häufig die Frage, wo bekommt man die Impulszelle her? Weil ich sie natürlich oft in verschiedenen Builds vorstelle, gerade mit den One-Shots und so weiter. Da ist die eigentlich oft dabei und generell ist es halt auch eine super Zelle hier, dass man mit erhöhter Bewegungsgeschwindigkeit dann mehr Crit-Damage macht. Das ist natürlich mega geil. Also die bekam man vorher hier an der Stelle, also hier aus der Fede Season konnte man die holen. Wenn man hier, sehe ich gerade, die alten Marken hat. Also normalerweise, wenn eine Fede Season ausläuft, dann werden die Marken, die man verdient, seht ihr das hier, unten wo eine 1 steht, immer bei der Währung, die werden dann so gebrochen. Von wegen, ja die sind jetzt also nur noch eine kurze Zeit gültig sozusagen und mit denen kann man dann halt aus der alten Fede Season dann Dinge kaufen und dort ist die eigentlich her. Ihr seht es, wenn ihr jetzt normalerweise Fede spielt, und das ist jetzt schon seit etlichen Seasons so, da sie ja im Moment nichts verändern, kann man diese ganzen Rudelläufer-Sachen hier sich holen. Die sind sicherlich vielleicht auch für gewisse Speedfarm-Builds ganz interessant, könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht ganz genau. Ja, kann man sich den ganzen Rudelläufer-Kram hier holen. Von wegen, dass da so Bomber erscheinen, so kleine Ads, die man auch kennt aus den verschiedenen Jagden. und da wird man irgendwie schneller oder macht mehr Damage oder kriegt mehr EP oder was weiß ich, ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall so ein Krempel. Und wie gesagt, wenn ihr dann alte Fede Season-Marken habt, das dürfte eigentlich auch jetzt Fede Season 9 betreffen. Ihr spielt die, die geht jetzt am 18.01. zu Ende und dann bekommt ihr bestimmt auch so gebrochenen Marken. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel die Impulszelle holen. Früher war es immer so, oder ich denke, es ist auch nach wie vor so, dass dann, also das seht ihr hier über Forschungslabor, bla, kommt der an, an diese Reiter, die ich gerade gezeigt habe. Und dort könnt ihr dann mit eurer Gilde, wenn ihr natürlich auch wollt mit uns, könnt ihr gerne joinen, dann Fede Season laufen und halt diese Marken freispielen. Ja, früher war es dann immer so, dass man hier über den Mittelsmann oder hier aus den Kernen, wenn die Fede Season ausgelaufen ist, und das sollte eigentlich auch jetzt so sein, ich öffne einfach mal hier 10 ungewöhnliche Kerne, da sollte eigentlich mittlerweile auch die Impulszelle drin sein. Hier seht ihr jetzt, was ich bekomme. Ich öffne das jetzt mal hier und dort sollte eigentlich der ganze Kram auch erscheinen. Was ich nicht mit tausendprozentiger Sicherheit sagen kann, also bei mir erscheint es definitiv, ihr werdet es gleich sehen, was ich nicht mit tausendprozentiger Sicherheit sagen kann. Hier seht ihr es auch, Stopp, Wasserzelle, die ganzen alten Zellen sind hier drin. Also um es andersrum zu sagen, hier in den Kernen findet ihr eigentlich alle Zellen, außer die, die ich gerade eben beschrieben habe. Hier ist die Impulszelle, seht ihr das? Und die ist ja aus der letzten Season sozusagen, aus der letzten Season, die hier halt vermerkt ist und da bekommt man auch die Impulszelle her. Ja, es scheint wohl so zu sein, dass die eine etwas schwächere Erscheinungsrate hat oder man muss vielleicht hier die ungewöhnlichen nutzen oder sowas. So war es jetzt bei mir Offcam, als ich es kurz getestet habe. Kann sein, muss nicht sein. Kann ich auch nicht mit tausendprozentiger Sicherheit sagen. Was ich halt nicht genau sagen kann und deswegen der Anfang des Videos, ob es vielleicht, hier seht ihr das jetzt nochmal, und jetzt kamen sie auch aus einer gewöhnlichen Zelle hier raus, ob man wirklich diese Zellen da freischalten muss noch. Ich glaube, ich würde eigentlich mich dazu hinreißen lassen und zu sagen, nee, müsst ihr nicht. Ihr bekommt die hier aus den Kernen raus, genauso wie ich es jetzt hier gerade mache. Ihr bekommt also alle Zellen außer diese Bomberzellen, die jetzt in der aktuellen Season nur dort in der Fäde-Season erhältlich sind, bekommt ihr halt hier aus den Zellkernen. Genauso hier mit dem Verschmieden oder Verschmelzen, wie auch immer. Da könnt ihr das auch machen, indem ihr zum Beispiel halt hingeht und ihr wisst ja jetzt, es ist eine Technikzelle oder das seht ihr ja generell in meinen Videos. Erstens könnt ihr hingehen, verschiedene Zellen zusammenschmieden. Ihr seht es jetzt hier, Verteidigung und Kraftzelle wird dann zu Verteidigung, aber da hätte jetzt alles kommen können. Ist natürlich jetzt so ein bisschen Vorzeigeeffekt, ne, klar. Ja, so bekommt ihr halt verschiedenste Zellen. Da könnt ihr völlig random irgendwas holen. Ich schmiede da oft einfach verschiedene Zellen zusammen. Ihr könnt aber genauso auch in den Technikbereich gehen und dort einfach verschiedene Technikzellen zusammenschmieden und mit etwas Glück bekommt ihr dort auch eine Impulszelle raus. Wäre schön, wenn es jetzt gerade klappt, aber ist natürlich wahrscheinlich nicht so. Ja, Grausamkeit, ne, ist klar. Also so bekommt ihr alle Zellen über diese zwei Möglichkeiten hier. Mittelsmann oder über die Zellenkerne da, die ihr über das tägliche Einloggen bekommt oder halt durch verschiedene Events oder Monster töten in gewisser Anzahl und so weiter. Dazu habe ich ja schon verschiedenste Videos gemacht. Eigentlich die Events auf den Inseln sind da immer ganz gut. Manchmal bekommt man auch so, wenn man, glaube ich, ein Monster legt mal eine. Kann aber auch sein, dass das durch die Meisterschaft dann eher ausgelöst wird. Da bin ich jetzt auch nicht so im Bilde. Also durch fleißiges Spielen bekommt man die. Wie gesagt, es gibt diese Bomberzellen der Fede Season, was ich gerade eben gezeigt habe, die jetzt, sage ich mal, nicht so gut erreichbar sind. Und halt diese Zellen hier. Berserker wird ja auch oft gespielt oder vielleicht noch Ingenieur in manchen Stellen und so weiter. Sprinten kann man, glaube ich, auch ganz nutzen. Hier gerade erhöht Bewegungsgeschwindigkeit und reduziert Ausdauerkosten. Hier für so Speed Builds und so. Also wenn man irgendwie Speed farmen will, irgendwie schnell über die Map rennen will und so ein Kram. Da kann man das nutzen. Aber Berserker ist eigentlich, sage ich mal, das Ding, was viele Leute nutzen. Und das ist halt auch eine Zelle, die man hier rausbekommt. Diese fünf Zellen, sage ich mal, plus die drei Bomberzellen aus der Fede Season, sind die Zellen, die, sage ich mal, anderweitig zu erreichen sind. Die normalen Zellen sozusagen, nicht jetzt die Omni-Zellen. Ja, die halt, sage ich mal, nicht normal zu bekommen sind. Alle anderen Zellen sollten, sofern ich jetzt nicht irgendeinen Fehler in der Birne habe, alle über, ja, halt diese zwei Möglichkeiten hier hinten zu holen sein. Über den Mittelsmann durch das Verschmieden oder halt hier durch die Zellenkerne, die man täglich bekommt und durch die verschiedenen Events. Also so solltet ihr eigentlich Impuls bekommen. Wenn das bei euch überhaupt nicht funktioniert und ihr sagt, nee, nee, Moment mal, bei mir kommt da einfach nie Impuls. Das kann nicht sein. Dann ist es halt so, wie ich eben gesagt habe, dann müsst ihr mal Fede Season spielen und vielleicht mit ein paar alten Marken, wobei das, glaube ich, gar nicht geht, fällt mir gerade auf. Die, ja, müsste man dann mal testen. Wenn die dann alt werden, also wenn die dann, wenn die Fede Season rum ist, werden die ja so zerbrechlich, wie auch immer, zerbrochen, entwertet. Und dann könnt ihr vielleicht Impuls kaufen. Aber, wie gesagt, das halte ich eher für sehr unwahrscheinlich. Ich denke, dass es über die ganz normalen Möglichkeiten gibt. Er geht. Mich wundert einfach nur, dass ich oft die Anfrage bekomme. Und deswegen habe ich auch jetzt das Video gemacht. Ich bekomme super oft die Anfrage. Wo bekommt man Impuls her? Wo bekommt man Impuls her? Es könnte sein, dass die Leute sich ihre Builds bauen, alle denken, alle Zellen zu haben und dann einfach die Kerne nicht mehr öffnen und deswegen Impuls nicht haben. Das könnte halt sein. Nur so kann ich mir es erklären. Keine Ahnung, schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ich da irgendwie einen Denkfehler habe oder irgendwas unklar noch ist. Da mache ich gerne ein Folgevideo daraus. Aber so sollte es eigentlich gehen. Und wie gesagt, da habt ihr auch nochmal so ein bisschen gesehen, wie das mit den Zellenverschmieden funktioniert und Zellenkerne und wo es so ein paar Zellen hergibt. Bei den Zellenverschmiedungssachen, beim Mittelsmann, kann man halt noch sagen, man kann 1er und also 2 1er Zellen zusammenlegen. Da kommt eine 2er Zelle raus. Wenn ich in dem gleichen Sektor bin, 2 Verteidigungszellen, kommt auch eine Verteidigungszelle raus. Im Techniksektor kommt dann Technik raus. Wenn ich 2 Random Zellen zusammenlege, kommt halt irgendeine Random Zelle auch raus in der nächsthöheren Stufe. Genauso funktioniert das bei 2er Zellen. Also 2 2er Zellen, entweder der gleichen Art oder der ungleichen Art, bekomme ich eine 3er Zelle der gleichen Art oder der ungleichen Art. und man kann auch eine 3er Zelle, also eine Technik 3er Zelle reinpacken, zum Beispiel jetzt Grausamkeit oder sowas und muss dann nur Geld bezahlen und wandelt die um. Das geht auch. So könntet ihr auch an Impuls kommen. Das sollte eigentlich funktionieren. Testet es gerne mal aus und jo, dann wisst ihr Bescheid. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.